Hallo und herzlich willkommen zu Snake.io und heute werden wir der größte Wurm der Welt. Wenn ihr nicht wisst was Snake.io ist, dann erkläre ich euch das kurz. Snake.io ist Slither.io in Roblox. So, das war meine Erklärung. Wenn ihr Slither.io nicht kennt, man muss diese leuchtenden Dinger essen und dann wird man groß. Und wenn man dann ein großer Wurm ist, dann kann man andere Würmer einkreisen und zerstören. Und hier ist es im Endeffekt das gleiche, nur in Roblox halt. Ja, das ergibt Sinn, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ähm, ja, was hat der sonst noch hier? Ähm, Teamwork auf hier. Freestack. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Es war nur zur Demonstration. Äh, ja. Was? Hä? Ich hab den doch nur... Hä? Aber ja... Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ja, ich hab ihn. Achso, man muss erst warten, bis die halt respawnen. Boah, der war groß. Ich bin jetzt aber auch groß. Ah, da kommt ein Winzling. Mr. Winzling? Äh... Ich kreise dich jetzt ein. Ja, wie schon gesagt, das Spiel heißt Snake.io, falls ihr es auch mal spielen wollt. Ich werde es aber nicht einblenden. Äh, ja. Ihr werdet es schon finden. Wenn nicht, dann nicht. Jo. Lol. perfekt abstand von anderen schlangen halten ich verfolge mein schwanz ja ich habe ihn gefunden die versuchen nicht einzug ich habe gedacht ich hab den okay er versucht mich einzukesseln schlechtes manöver für die er sieht das für dich aus hier du bist viel zu klein noch so einen großen wurm wie mich schlange so eine große schlange wie mich hier einzukesseln versuch's gar nicht erst sonst versuche ich es auch und dann er wirst du leider verlieren ok dann volle kraft voraus richtung nein da lasse ich mich nicht drauf ein so vielleicht ja oder er hätte fast verloren weg von dem kopf weg von dem kopf ja ja ich habe gewonnen das passiert wenn man mich ein bisschen will ich werde der größte wo der welt wie lang bin ich jetzt eigentlich er hat er jetzt direkt wieder verloren wie nur ich muss man eigentlich sein ja wow jetzt hängt das komplett hello how are you am ander der worte auch please help me dapel dich wieder habt ihr mich schon ich bin jetzt einfach ruhig jetzt befinde ich mich in warm face und was ist mit mir los was ist das was ist das was ist das hilfe das sieht nicht so gesund aus ähm da vorne ist pvp was das ist der könig von pvp ja dann dürfte ich das auch recht leicht hinbekommen ja ey war noch gestirbt war nur einer oder haben ja wissen wir slitzer i o halt so hier sind anscheinend keine anderen leute doch da im endeffekt ist es ganz egal wie lang man ist wenn es nicht gerade längere würmer sind dann ist es ganz leicht soviel dazu ich will den donut ich habe das gefühl diese bürger und donuts und so sind ganz gut also fast food er hatte nicht in echt sondern nur im spiel ich verstehe schon äh also hier ist noch was und dann hier warum war was ist eigentlich mit den charakteren los ist es normal dass die so sind und da ist noch was lecker das kuchen 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 batz ja das war lecker ja aber das war es eigentlich auch schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja liken abonnieren und die glocke aktivieren äh und schaut euch das outro an bye ja 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 ja